Shudrasana, die Stellung des Tagelöhners, des Knechtes. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung. Du fasst mit deinen Händen um die großen Zehen und du hebst die Füße hoch, sodass du die großen Zehen an die Nase bringst. Das ist Shudrasana, die Stellung des Tagelöhners, die Stellung des Knechtes. Das ist Shudrasana, die Stellung des Tagelöhners, die Stellung des Tagelöhners,